Ja, hier ist wieder euer Marquardt und in dem Video werde ich euch zeigen, wie ich persönlich die Tinder-Profile von anderen Männern optimiere. Und ich würde auch hier wieder sagen, so wie in meinem letzten Video, das ist eine Sache, da könnt ihr mit wenig Arbeit, oder es kann zumindest sein, dass ihr mit wenig Arbeit wirklich viel rausholen könnt. Angenommen, ihr habt zum Beispiel richtig coole Bilder, so wie bei meinem letzten Bootcamp-Klienten auf seinem Handy und auf Instagram, aber ihr benutzt für Tinder einfach die falschen. Ja, dann ist es relativ einfach, einfach die Bilder zu ändern und dann bekommt ihr mehr Matches und dann ist es richtig cool. Ich werde euch jetzt, also ich zeige euch insgesamt vier Profile und sage euch, was ich persönlich an denen ändern würde und wie die vier Männer garantiert mehr Matches haben. Ja, ihr werdet hier fast eigentlich alles über Tinder in Erfahrung bringen, was ihr über Tinder wissen müsst. Und ich werde am Anfang ein bisschen jetzt ganz kurz so im Groben über Tinder sprechen, auf was ihr da überhaupt achten solltet, ja. Mal das Allerwichtigste, eure Bilder auf Tinder sind das Wichtigste, ja. Und warum sage ich das? Naja, wenn ihr euch fünf Stunden Gedanken über eure Bio macht und aber fünf behinderte Selfies reinstellt, die alle gleich dumm aussehen, dann macht das einfach keinen Sinn, ja. Sondern die Bilder sind das Wichtigste. Wenn ihr ein gutes Instagram habt, ja, wenn ihr viele Bilder von euch habt, verlinkt es unbedingt. Das ist auch richtig toll, da können die einfach noch mehr von euch sehen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einfach wahnsinnig viele Frauen machen, ja, wenn die euch auf Tinder sehen und euch irgendwie cool finden oder so am Überlegen sind. Dann gehen sie vielleicht auf euer Instagram, wenn es cool ist, verlinkt es, ja. Und dann, weiß ich nicht, vielleicht auch, wenn ihr sie nicht gematcht habt oder sonst was, schreibt sie euch da vielleicht an oder sonst was. Aber sie sieht halt einfach mehr von euch, ja. Generell, was ihr mit Tinder machen wollt, ist, dass ihr der Frau, und das ist eine Sache, die sage ich immer, immer wieder, ein möglichst großes Bild von euch zeigen wollt, ja. Ihr möchtet ihr viele verschiedene Sachen von euch zeigen, ja. Und das muss jetzt nicht mega krass verschieden sein, das müsst nicht ihr die ganze Zeit im Urlaub sein, weil das ist zum Beispiel auch wieder nur eine Sache, ja. Wenn ihr nur Urlaubsbilder von euch nehmt oder wenn ihr nur Bilder von euch beim Sport nehmt oder nur Bilder mit Freunden oder auch nur Selfies, ja. Das ist alles Kacke, sondern schaut, dass ihr einfach ein möglichst großes Bild von euch darstellen könnt, ja. Und ich sage immer so, drei bis vier verschiedene Themen, Tinder oder auch Instagram ist normalerweise vollkommen ausreichend dafür. Schaut einfach nicht, dass ihr immer die gleiche Art von Bilder postet, aber das erkläre ich euch auch noch später. Keine Selfies, ja. Selfies sind scheiße. Warum sind Selfies so kacke? Das ist impliziert, wenn ihr ein Selfie habt, ja, impliziert das, dass ihr einfach keinen anderen Typ habt, der ein cooles Bild von euch machen kann. Und, naja, Selfies sind halt einfach zu machen. Jede Menge dumme Leute machen jede Menge Selfies und ich sage mal, die Qualität von denen ist auch nicht schön, ja. Und das ist eigentlich, wenn ihr quasi ein Bild von euch habt, was eine andere Person macht, dann ist das in dem Sinn schon Social Proof, weil ihr habt einfach eine andere Person, die von euch Bilder macht, ja. Und mir ist schon klar, dass es nicht am Anfang irgendwie perfekt aussieht, sondern es ist ein Skillset und ihr müsst ein bisschen dran arbeiten. Und ich sage mal, kein Tinder-Profil sieht richtig, richtig gut aus, ohne da Arbeit reinzustecken, ja. Mal angenommen, dass ihr nicht gerade Models seid oder sonst was oder irgendeine Person, die halt einfach total viele Bilder von sich hat. Keine Selfies. Ja, Selfies ist kacke. So viel dazu. Auf dem ersten Bild muss immer unbedingt dein Gesicht sichtbar sein, ja. Also es bringt nichts, wenn es unterbelichtet ist, aber das sage ich später auch nochmal, es bringt nichts, wenn, meinetwegen du von Kopf bis Fuß, aber du stehst ganz weit weg, ja. So was ist auch scheiße, sondern ich sage immer ungefähr so, von hier bis hier, deine Büste, wenn man so möchte, ja, wo du vielleicht irgendwas Cooles machst. Idealerweise hast du den Snapshot-Effekt drauf, ja, was ist der Snapshot-Effekt? Der Snapshot-Effekt quasi einfach wie, wenn du so ein Promi bist und irgendjemand knippst dich irgendwie so oder du redest gerade mit einer Person und irgendjemand knippst dich. Und hier sei ausdrücklich gesagt, ich würde wahrscheinlich nicht zu einem Fotografen gehen, der Bilder von euch für Tinder macht, weil die Frauen, und das ist kein Scherz, ja, wenn ihr eine Frau seid, wenn ihr euch ein paar hunderttausend Profile anschaut. Ich habe mir wahrscheinlich so viele Männerprofile angeschaut und man sieht einfach sofort so, okay, der Typ ist zu einem semi-professionellen Amateurfotografen für Tinder gegangen oder sonst was, hat da Bilder von sich machen lassen und manche sehen dann richtig so aus wie so Bewerbungsbilder, ja. Andere sehen einfach, haben nicht diesen Snapshot-Effekt oder sehen zu professionell aus, sage ich mal. Und mit Professionalität meine ich jetzt nicht die Qualität, ja, die Qualität sollte in jedem Fall immer gut sein, aber es soll nicht so aussehen, als ob die Bilder im Fotostudio gemacht wurden, ja. Wenn das bei euch der Fall ist, again, wieder ein Fail, ja. Hier möchte ich nochmal erwähnen, das habe ich vorhin nicht erwähnt, die Qualität von den Bildern muss gut sein, ja, ihr könnt, ähm, ja, ihr könnt die Bilder nicht mit dem Toaster machen, ja. Wenn eure Bilder so aussehen, ist es scheiße und wird euch keine Matches bringen. Die Qualität muss einfach gut sein, ähm, und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr, ähm, keine Ahnung, 20 Filter draufknallt und die dann am Ende voll entstellt sind, sondern die müssen einfach schön scharf sein, ja. Sie sollen nicht so aus sein, wie, als ob sie mit dem Toaster gemacht werden. Du bist im Mittelpunkt von deinen Bildern, ja. Ja, es sind nicht deine Freunde, es ist nicht, äh, sonst was der, keine Ahnung, die Brooklyn Bridge, es ist nicht die Freiheitsstatue, es ist nicht, äh, die San Francisco Bridge, es ist nicht, überlegt euch irgendwas, setzt da irgendwas ein, ihr seid der Mittelpunkt. Ihr seid, die Frau will euch sehen auf Tinder, ja, die will keine Bilder von der Bay Bridge oder wie heißt, von San Francisco sehen, ja, und euch irgendwie so ganz klein, links unten rechts im Bild oder sonst was, sondern die Frau möchte euch sehen, ja, die ist ja da, um euch kennenzulernen. Nein, die will auch nicht eure 20 Freunde sehen, sondern ihr, die Frau will euch auf den scheiß Bildern sehen, ja. Und was auch ganz wichtig ist, ja, wenn ihr Bilder mit Freunden macht und so, schaut wirklich drauf, dass ihr, um Himmels Willen, einfach immer an der Mitte steht, ja. Das ist Social Proof für euch, wenn ihr halt irgendwie am Rande wie so ein Spasti dasteht, der irgendwie so, äh, seine, was weiß ich, Freundin, die ihm die ganze Zeit korrupt oder so, die er eigentlich haben möchte, äh, äh, clingy umarmt und sie geht irgendwie so leicht weg von ihm oder sonst was, ja. Ist kein Social Proof, ist kacke. Okay, und im Umkehrschluss muss es jetzt nicht wieder heißen, dass da irgendwie zehn nackte Models um euch rum sein sollen, die euch alle betatschen oder sonst was, aber idealerweise sieht man einfach, dass die Leute euch mögen oder dass vielleicht ein, zwei hübsche Frauen, ähm, attracted sind zu euch, ja, dass die euch irgendwie anfassen oder sowas, dass ihr halt einfach cool ausseht, dass ihr in der Mitte steht, ja. Ja, ihr seid die Hauptattraktion, es ist, äh, kein, äh, Denkmal, es ist kein, äh, keine Besonderheit, es ist keine sonst was, es ist nicht das Brandenburger Tor, es ist nicht der Eiffelturm, ja, es ist nicht die, die, äh, Tower Bridge in London, sondern ihr, die Frau, möchte euch auf Tinder sehen, okay. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Schaut, dass die Bilder nicht unterbelichtet sind, ja, tendenziell, ähm, sind immer hellere Bilder gut auf Tinder und, äh, hier sei auch noch eine Sache gesagt, oft ist es so, dass ihr ein bisschen so auf regionale Unterschiede achten müsst, ja, ich sag mal, ähm, Hipster-Bilder machen sich tendenziell zum Beispiel besser in Berlin als in München oder in Zürich, ja, weil, ähm, weiß ich nicht, da gibt's halt mehr Hipster, ja, und ich sag mal, in L.A. ziehen sich die Leute ein bisschen anders an als in New York und solche kleinen Feinheiten kann man auch immer, ähm, beachten. Keine Sonnenbrille auf dem ersten Bild, ja, again, und auch keine Sonnenbrille auf vier von fünf Bilder von euch, ja. Ja, besonders auf dem ersten Bild ist es eigentlich super wichtig, dass die Frau euch in die Augen schaut, ja, ähm, und ihr müsst auf dem ersten Bild lustigerweise gar nicht in die Kamera schauen, ihr könnt das machen, aber es ist nicht unbedingt gegeben, ähm, ihr könnt lachen oder auch nicht, das ist unterschiedlich, sieht beides, sieht gut und schlecht aus, je nachdem auch, was das für ein Bild ist und wie ihr ausseht, ja, vielleicht ist euer, sieht euer Lachen total scheiße aus, aber wenn ihr ernst guckt, ist es vielleicht total cool, ähm, das ist unterschiedlich, aber auch hier wieder, schaut, dass ihr viel Variation reinbringt, ja, macht nicht nur ernste Bilder und macht nicht nur Bilder, wo ihr lacht, oder macht nicht nur fünf Bilder, wo ihr so, äh, wo ihr versucht zu lachen, meinetwegen, ja, sondern unterschiedliche Emotionen, das gehört auch dazu, ja, ihr wollt nicht immer, ähm, äh, das gleiche Bild von euch geben, ihr wollt ihr nicht immer die gleiche Emotion teilen, sondern sie soll wirklich sehen, hey, ne, das ist so, das hält sich wie so ein Dings vor ihr entfalten, oh mein Gott, der macht das und hier ist er und da ist er auch und hier mit Leuten, da alleine, äh, hier der ganze Körper, hier sein Sixpack, weiß ich nicht, sonst was halt, ne, hier, ähm, einfach Varietäten rein, ja. So, jetzt die Aufgabe zu dem Video dazu noch, überlegt euch, ja, äh, bevor ich euch die Profile zeige, äh, sehr wichtige Aufgabe für euch, pausiert einfach mal ganz kurz das Video, ich werde euch so eine 10-sekündige Pause, werde ich reinmachen und überlegt einfach mal selber, wenn es euer Profil wäre, was würdet ihr dran ändern, ja, einfach, dass ihr so dieses Auge dafür bekommt, ähm, ihr könnt euch auch gern mal als Frau anmelden auf Tinder und dann einfach mal, dass ihr so das Mindset wirklich von der Frau annehmt und, äh, einfach mal guckt, hey, und dann werdet ihr wirklich sehen, ey, die meisten Profile, die sind einfach grottenschlecht, die sind scheiße, ja, kein Wunder, dass ihr keine Matches habt, weil ihr wahrscheinlich auch so scheiß Bilder benutzt, ähm, und dann werdet ihr vielleicht sehen, hey, 1, 2, 3 Typen oder was, die matcht ihr vielleicht und die sehen halt irgendwie cool aus, ähm, und, äh, die werden dann auch cool sein, ja, das ist dann meistens lustigerweise auch so und das Ganze ist auch einfach ein Zeichen von sozialer Intelligenz, ja, ähm, das möchte ich ja auch noch gesagt haben, that being said, schauen wir uns die Bilder an. Genau, hier seht ihr jetzt das erste Profil und, ähm, ich werde euch auch unterschiedliche Qualitäten von Profilen zeigen, das heißt, äh, manche werden besser sein, manche werden schlechter sein, ja, einfach mal das letzte Profil wird zum Beispiel richtig gut sein, da würden manche Typen vielleicht denken, oh, der kriegt doch 100.000 Matches, aber auch der kann auch was verbessern, ja. Hier seht ihr jetzt in dem Profil mal ganz offensichtlich beim ersten Bild, der ist einfach nur die Hälfte vom Gesicht, ja, und, ähm, das ist ein cooles Bild, das sieht irgendwie schön aus, äh, ein bisschen was von seinem Trapezius sieht man auch noch und ist irgendwo im Urlaub und so, aber es ist Kacke für Tinder, weil man sieht einfach nur die Hälfte und es ist irgendwie komisch, ja. Dann das zweite Bild, man sieht, man weiß eigentlich gar nicht genau, wo er ist, das ist irgendwie ein Fitnessstudio, ähm, und, ja, aber da ist er wahrscheinlich gar nicht drauf, also warum, äh, oder vielleicht ist er das da ganz in der Mitte, oben rechts oder so, ich weiß es nicht, aber es gehört einfach nicht auf Tinder, okay, man sieht nichts von ihm, die Frauen sind da, um ihn kennenzulernen, ja, das dritte Bild, ähm, na, da sieht man jetzt auch wieder nicht sein komplettes Gesicht, was ja auf dem ersten und auf dem zweiten nicht drauf war, ist auch ein bisschen schade und dann auch noch mit Sonnenbrille, also spätestens da soll man eigentlich, ähm, ja, sein, äh, sein, äh, sein ganzes Gesicht sehen können. Dann seht ihr zum Beispiel, ähm, ich geh jetzt mal ein bisschen schneller durch, das fünfte und das sechste sind wieder beide mit Sonnenbrillen, äh, das letzte auch, also er hat hier vier von, äh, acht Bildern ist er immer mit Sonnenbrille, ja, das ist, das ist ein bisschen, äh, das ist nicht ideal, ja. Ihr seht auf dem Bild in der Mitte, da merkt ihr offensichtlich, dass er für das Bild gepost hat, in Anführungsstrichen, weil er seinen Ellenbogen irgendwie so total unbequem aufs Geländer getan hat, das soll man auch nicht machen, ähm, das vierte Bild, da schaut er mir ein bisschen zu melancholisch, ähm, und er ist auch auf jedem Bild alleine, ja, also er sollte auch unbedingt ein, zwei Bilder mit drauf haben, wo er vielleicht, äh, ein paar Freunde hat, ja, ähm, ganz wichtig. Nächstes Profil, was ich, äh, weil hier könnt ihr zum Beispiel feststellen, ja, das erste und zweite Bild, ja, die wurden, äh, offensichtlich beide in, äh, Frankfurt aufgenommen und, äh, besonders beim zweiten Bild, ja, äh, der, der Turm, der ist halt so ein Markenkennzeichen von Frankfurt, das ist meinetwegen wie so das Judendenkmal, ähm, in, äh, in Berlin oder vielleicht die, die, die Eisernen Brücke wäre vielleicht das passende Pendant dazu, aber wenn ihr in der Stadt wohnt, ja, wenn ihr in Berlin wohnt, dann sind keine Bilder von euch auf Tinder vom Brandenburger Tor cool, die sind nicht cool, ja, und, ähm, sind auch keine Bilder, wo ihr auf dem Judendenkmal seid, cool, ist auch nicht cool, ja, warum? Äh, und mag ja sein, dass ihr voll aufgeregt seid und dass ihr erst frisch nach Berlin gezogen seid und dass ihr es voll cool findet und da, 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 aber ich garantiere euch, dass alle Frauen, die in Berlin wohnen auf Tinder schon 5 Millionen von solchen Fotos gesehen haben. Das ist einfach nicht cool, das ist einfach langweilig, ähm, habt keine, ja, Bilder von euch mit einem Wahrzeichen in der Stadt, in der ihr wohnt, das ist total scheiße, das am besten gar nicht machen. Mir gefällt hier persönlich, ähm, ne, ihr könnt euch, eine Frage, die ihr euch immer stellen könnt, ist, welches Bild würde für das erste Bild am besten konvertieren? Und ich muss hier ehrlich sein, ich finde, sein drittes Bild, bin ich mir ziemlich sicher, dass es deutlich besser konvertieren würde, das heißt, dass deutlich mehr Frauen mit dem Bild nach rechts swipen würde, wenn er das dritte als erstes Bild nimmt, ja, warum? Weil, ähm, ich sag mal, ich weiß nicht, ob das erste Bild ein Selfie ist, aber das ist irgendwie auch so komisch belichtet und dann ist er so halb drauf und dann, ähm, naja, das mit dem Wahrzeichen und Pipapo, also es sieht irgendwie nicht ideal aus. Dagegen, äh, das Grinsen, sein, allein sein Gesicht auf dem sechsten Bild ist zum Beispiel ziemlich schön, ja, und auf dem dritten Bild, da sieht man halt ein bisschen was von seinem Body und das wollen ja Frauen auch immer sehen. Das zweite Bild sieht wieder sehr gestellt aus, würde ich sagen, ähm, da könnte man sagen, das sind vielleicht, ja, so Amateur-Tinder-Bilder, ähm, und, ähm, na, da seht ihr mal wirklich, auch wenn ihr, auch wenn ihr jetzt ein, zweimal Bilder von euch macht, ihr werdet garantiert nicht sofort mega coole Bilder haben, sondern es dauert wirklich. Ihr müsst tausende von Bildern machen, ja, bevor ihr mal ein, zwei coole dabei habt. Äh, und, äh, jeder Typ, der Fotograf ist, der, der weiß, von, von was ich spreche, ja, und bei Tinder ist es genau das Gleiche. Ähm, ich sag mal, das vierte Bild ist dann relativ normal, es sind halt zwei Frauen, die, ähm, ähm, ja, eigentlich ganz, ganz normal aussehen. Siebte Bild, ne, er sollte in der Mitte sein, sie sollte das, sie macht das Selfie, das ist, glaube ich, ganz gut, aber er, er und er hat so seine, seine Hände so auf ihre Schulter, also, besser wäre es, fast eher umgekehrter Fall, ne, wenn er in der Mitte wäre, sie das Selfie macht und, äh, sie, ähm, ihn umarmt. Das, da, so möchte die eigentlich sein halt, ne. Ich sag mal, auch auf dem vierten Bild, da wäre es auch cooler, wenn ihn eine von den beiden vielleicht noch umarmt oder wenn die irgendwie ausdrucksfähiger sind oder sonst was. Fünfte Bild, da ist er, glaube ich, relativ in der Mitte, ähm, das sieht eigentlich ganz cool aus, auch wenn es halt wie so eine Abschiedsparty ist, äh, der, der Eiffeltor im Hintergrund sieht noch schön aus, ähm, das ist okay. Ne, ne, ne Sache, die ihr auch immer mal machen könnt, ist, dass ihr einfach mal alle eure Bilder durchgeht und wahrscheinlich gibt es ein Bild, das besser ist oder Bilder, die besser für euch sind auf Tinder als die aktuellen Bilder, die ihr auf Tinder habt, ja. Und, äh, da gehört halt immer viel soziale Intelligenz dazu, da gehört vielleicht dazu, dass ihr selber euch mal ein Tinder, meinetwegen, äh, Profil als Frau erstellt oder sonst was oder ihr, ihr seht es ja auch bei, ihr seht es ja auch auf den Frauenprofilen, ja, ist ja ganz genauso. Ich sag mal, Frauen machen vielleicht mehr Bilder und haben mehr Bilder von sich, ähm, und das Aussehen ist für die auch so ein bisschen wichtiger als für Männer, aber, äh, es gibt auch Dutzende Frauenprofile, die einfach richtig kacke aussehen, ja, weil, das sind meinetwegen Sex-Selfies, alle vor dem gleichen Spiegel oder sonst was und alle mit einer unterschiedlichen Frisur, aber derselbe Gesichtsausdruck, also das hab ich zum Beispiel oft gesehen und das sieht, sowas match ich gar nicht, das sieht einfach richtig scheiße aus, ja, also sowas wollt ihr nicht machen. Nächstes Profil, ähm, schaut euch die Bilder mal an, ja, überlegt mal, hey, was würde ich dran ändern, wenn es mein Tinder wäre und ich muss jetzt hier gleich am Anfang sagen, Bild Nummer 2, Bild Nummer 3 und Bild Nummer 5, ja, ihr seht jeweils und eigentlich auch so ein bisschen auf dem ersten. Ähm, ähm, die, der, die Person ist nicht wirklich im Mittelpunkt, ja, sondern es sind immer, es ist ein Geländer, es ist das Meer oder der Horizont oder, ähm, oder Freunde von ihm, ja, also er ist nicht im Mittelpunkt und das ist ganz, ganz schlecht, weil, again, ja, oder das dritte Bild auch, er sollte in der Mitte sitzen, ja, im zweiten Bild, er sollte in der Mitte sein, im ersten Bild, er sollte in der Mitte sein, okay, die Frauen wollen das Profil sehen, weil sie euch kennenlernen wollen und nicht, weil sie irgendwelche Urlaubsbilder, äh, sehen oder sich ein Geländer anschauen oder eure Freunde angucken oder sonst was halt, ne. Ähm, ja, ähm, das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, den er macht. Ich finde, er schaut auf den meisten Bildern fast ein bisschen ernst, also so erstes Bild, zweites Bild, viertes Bild, auch auf dem sechsten sieht er recht konzentriert aus. Ich glaube, fünftes Bild, der lacht da so ein bisschen, ähm, sechstes Bild ist er auch gut in Stimmung, aber, ne, schaut, dass ihr viele unterschiedliche Stimmungen habt, dass ihr auf dem einen Bild mal lacht, auf dem anderen ein bisschen ernster schaut, einfach um so ein großes Image von euch zu zeigen, ähm, das ist immer sehr, sehr wichtig, ja, und ansonsten, ja, ich finde, ich finde, ne, das einfach, dass er nicht im Mittelpunkt ist, ist wahrscheinlich so das Schlimmste und, äh, dass er tendenziell eher so ein bisschen so ernst guckt, ähm, das würde ich auch ändern. Ihr seht auch, Bild Nummer 1 und Bild Nummer 2 sind eigentlich beides Urlaubsbilder, ähm, ähm, normalerweise, also, ne, viel Varietät, ne, schaut, dass ihr wirklich viel Varietät reinbringt, habt nicht zwei gleiche Themen hintereinander, ähm, macht man einfach nicht, äh, ist zu langweilig, ist das Gleiche, ähm, und vielleicht, vielleicht denkt ihr ja auch so, oh, ich stelle jetzt meine, alle meine Urlaubsbilder auf Tinder, ist voll cool, aber, again, ne, der Urlaub ist hier nicht im Mittelpunkt, sondern ihr seid im Mittelpunkt und ihr könnt auch coole Bilder bei euch zu Hause machen oder sonst was, aber es ist wichtig, dass ihr im Mittelpunkt seid. Jo, das letzte Profil, da seht ihr jetzt zum Beispiel, der hat eigentlich richtig, richtig coole Bilder von sich, ja, die Qualität ist cool, die sind irgendwie semi-professionell, ähm, ähm, an sich würde man sich hier denken, hey, das ist eigentlich ein richtig, richtig cooles Profil, aber auch er kann noch was verbessern, ja, nämlich, ähm, er hat hier, er hat hier auf vier Bildern, ähm, Nummer 1, Nummer 3, Nummer 7, Nummer 9 seine Sonnenbrille auf, ja, ja, und vor allem für das erste Bild ist es tendenziell nicht das Ideale, was ihr haben wollt, ja, ich finde, Bild Nummer 4 finde ich zum Beispiel richtig, richtig sick, das würde ich wahrscheinlich als erstes Bild nehmen, auch wenn man da leider nicht so schön die Augen anschauen kann, aber ich finde, Bild Nummer 4 sieht einfach besser aus als das erste Bild, ähm, Bild Nummer 7 und Bild Nummer 8, da hat er so die gleiche Pose ungefähr, das würde ich ändern, ähm, Bild Nummer 3 finde ich auch richtig, richtig cool, würde ich vielleicht an Nummer 2, äh, stellen nach, nach dem vierten Bild meinetwegen, ähm, Bild Nummer 2, da dachte ich mir mal ein bisschen, dass es ein bisschen Overkill ist vielleicht, ähm, aber auch hier, ne, die Wangenknochen sehen eigentlich ganz schön aus, das ist ein schönes, professionelles Bild, ähm, ist eigentlich ganz cool, er hat hier viel Varieté reingemacht, die Bilder sind von cooler Qualität, ich finde, Bild Nummer 9 sieht eigentlich ganz lustig aus, ja, da zeigt er auch ein bisschen Muskeln von sich, ähm, auch auf Bild Nummer 8 sieht er eigentlich ziemlich hübsch aus, vielleicht, äh, wenn er, wenn er das ein bisschen abschneidet, das wäre vielleicht sogar das beste Bild, was er als erstes nehmen könnte, ähm, ähm, es ist auf jeden Fall besser als sein erstes Bild, es wird auf jeden Fall besser konvertieren, einfach weil man mehr von seinem Gesicht sieht, ja, weil die Augen nicht verdeckt sind, Frauen wollen immer auch, wenn ihr sie kennenlernt, euch unbedingt am Anfang in die Augen schauen, ähm, einfach um zu sehen, ob ihr nicht flinscht oder so, ja, das ist sehr, sehr wichtig. Yo, also die Profile, die ihr hier gesehen habt, die wurden alle in meiner Facebook-Gruppe gepostet, da habe ich so einen Thread, äh, da sind auch ewig viele Kommentare, ich glaube 130 oder so, ähm, einfach, also das ist halt der Tinder-Bewertungs-Thread, sag ich mal, da bewerte ich die, äh, oder, oder versuche die Tinder-Profile zu optimieren, ja, versuche, ähm, einfach, ich sag halt einfach, hey, was ist gut, was ist schlecht, da, 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 die kommen alle aus dem Thread, falls ihr auch in meine Facebook-Gruppe wollt, schickt mir einfach eine Nachricht, ja, erinnert mich auf Facebook, macht am besten wirklich beides, ähm, da geht ihr auf Nummer sicher, da kann ich euch da reinstecken, da könnt ihr viele Field-Reports lesen, da könnt ihr auch eure Tinder-Profile posten, da sag ich euch, was ihr idealerweise ändern sollt, wenn ihr mehr Matches haben wollt. Ich möchte hier noch eine Sache sagen, ja, äh, viele Leute reden immer über den Tinder-Algorithmus und ich glaube, das ist so ein mega Geheimnis, ja, by the way, falls ihr eine Frau seid und zuschaut, ihr könnt gerne auch mal eure Kommentare hier auf YouTube angeben, einfach mal gucken, ob ihr so mit mir übereinstimmt, aber ich bin mir eigentlich sehr, sehr, ziemlich sicher bei dem, was ich gesagt habe, dass es 100% zutrifft. Ähm, eine Sache, die ihr machen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel nachts rausgeht und, meinetwegen, ihr seid im Set und es ist gerade ein bisschen langweilig, dann sagt ihr einfach, hey, by the way, ähm, wie findest du meinen Tinder? Und dann könnt ihr sie einfach mal fragen und das Interessante ist auch, ähm, ihr könnt wirklich quasi zu den Frauen hingehen, die ihr haben wollt, ja, das heißt, zu eurer Zielgruppe und könnt die dann speziell fragen, könnt ihr es auch als Opener nehmen. Hey, was denkst du, welche von den Bildern sind am besten? Ähm, und, ähm, ja, Tinder, ne, der Algorithmus, um wieder darauf zurückzukommen, ähm, falls ihr, by the way, falls ihr bei Tinder arbeitet, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben und mir irgendwelche Insider-Tipps erzählen oder so, aber Tinder versucht natürlich den Nutzen für seine User zu maximieren, ja, und, ähm, angenommen, ihr seid ein Typ und ihr habt keine guten Bilder und, ähm, alle, und ihr swipet alle Frauen nach rechts, ja, was, was denkt dann Tinder von euch? Dann denkt Tinder, dass ihr logischerweise ein hässlicher Typ seid, der keine Ansprüche hat und der einfach jede knallen würde und, ähm, genau, und, und Tinder würde euch dann genau an solche Frauen weiterleiten, ja, bei denen das halt genauso ist, sag ich mal, oder die halt solche Männer suchen. Also denkt immer ein bisschen drüber nach, ich glaube, es ist nicht gut, wenn man wirklich alle Frauen nach rechts zweibt, ja, ich glaube, es macht Sinn, sich Tinder Plus zu holen, ähm, Tinder ist vor allem, macht vor allem dann richtig Sinn, wenn ihr auch viel am Rumreisen seid, weil ihr dann immer in eine neue Stadt reinkommt und dann werdet ihr normalerweise relativ weit oben angezeigt und wenn ihr jetzt sagt, Tinder, hey, ist schön und gut, aber es ist eigentlich für die grundlegende Folge nicht so wichtig, ja, vielleicht, äh, wenn ihr viel Pickup macht, kriegt ihr vielleicht irgendwas zwischen 5 und 15 Prozent von euren Leads, vielleicht von Tinder, wenn überhaupt, ähm, wenn ihr sagt, ihr wollt wirklich an eurem Game arbeiten und ihr wollt euch wirklich Hardcore verbessern und das ist es euch wert, ja, dann könnt ihr mal über ein Bootcamp nachdenken, ich biete zurzeit das beste Programm an, ja, das kann ich auch so sagen, das Ganze ist one-on-one, das Ganze, äh, ist natürlich auf deutsche Sprache, ja, ich kümmere mich nur um euch, wir gehen drei Tage Hardcore raus, ja, und, äh, wir lassen es richtig krachen, ich sag mal, Bootcamp, heißt Bootcamp, weil es vom Militär kommt, ja, das ist kein Kindergarten, ähm, ich sag mal, für viele Leute, die allermeisten sind danach eigentlich ziemlich im Arsch, ich eigentlich, ich immer auch ein bisschen, ähm, auch wenn ich es schon richtig hart gewöhnt bin und so und da würde ich euer Game wirklich bis ins kleinste Detail auseinandernehmen und mir alle Sachen von euch anschauen, ja, ich werde euch alle sagen, was ihr falsch macht, ich werde euch natürlich auch sagen, was ihr richtig macht, aber ich gehe krass auf dieses Thema, äh, ein und, ähm, ja, ihr werdet, ihr werdet es richtig krass analysiert bekommen, ihr, wir machen vor jeder Session, äh, pre-brief und debrief, das heißt, wir reden am Anfang drüber, auf was ihr euch konzentrieren sollt, ja, welche Punkte sollt ihr speziell krass genau gut beachten und wir reden am Ende drüber, was ihr gut gemacht habt, ja, was noch nicht so gut läuft, woran ihr euch weiter verbessern sollt, ich werde Infield von euch machen, ich werde euch aufnehmen, ich werde euch zuhören, ich werde euch, äh, Sachen im Set sagen oder schreiben oder ich werde euch sagen, hey, die ist ready, nimm die jetzt mit nach Hause, probier es einfach mal, ja, äh, bei der nächsten werde ich vielleicht sagen, ey, ähm, entweder du machst jetzt irgendwas oder probier es mal, sie zu küssen, ja, oder vielleicht sehe ich das auch und ich sage euch dann, hey, die ist schon bereit, die kannst du jetzt schon küssen, ja, ähm, oder vielleicht werde ich dir auch sagen, ey, geh mal weg von der oder verschwende nicht deine Zeit, ja, du wirst mich sehen, wie ich mit Frauen rede, ähm, du wirst sehen und, und du wirst es auch fühlen können, wie sich ein richtig schönes Set anfühlt, wie sich sowas idealerweise anfühlen sollte und, ähm, genau dafür bin ich da, ja, ich werde dir zuschauen, ich werde, äh, du wirst Demos sehen und, ähm, wir gehen wirklich bis ins kleinste Detail, ja, ich möchte dir, auf Englisch sagt man immer ein Framework, ich möchte dir ein Framework mit auf den Weg geben, von dem du dein Leben lang zehren kannst und mein Job ist es, dass du in dem Bereich einfach keine großen Sachen bereust in deinem Leben, ja, ich möchte nicht, dass du irgendwann, ähm, weiß ich nicht, äh, verheiratet bist, zwei Kinder hast, total viel gearbeitet hast und, äh, deine Frau findet dich irgendwann auf einmal nicht mehr attraktiv und, ähm, weißt du, schläft da mit deinem besten Freund oder sonst was und verlässt dich und, äh, nimmt die Hefte von deinem Geld noch mit am besten. Ähm, ich möchte, dass du solche Frauen kennenlernst, die deinen Charakter attraktiv finden, ja, ich möchte, dass du solche Frauen kennenlernst, die dich wirklich mögen für das, was du bist und, ähm, ich, letztendlich werde ich dir Psychologie und Kommunikation beibringen, ja, das sind genau die beiden wissenschaftlichen Disziplinen, sag ich mal, die ich vermittle, ja, ich werde, äh, alle kleinen Details bei dir entziffern und ich werde dir genau sagen, was du machen musst, ich werde dir einen Gameplan mit auf den Weg geben, ähm, und, äh, bei der ganzen Sache möchte ich trotzdem, dass du deine, dein Charakter, ja, behältst, natürlich, ja, ich werde dir keine Lines geben, die du sagen musst, ich werde dir, ich werde dir garantiert, keine, kein vorgefertigtes Skript geben, ja, sowas mache ich nicht und, ähm, hier möchte ich auch nochmal sagen, ich werde nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich gut executen können, also ich habe keinen Bock auf irgendwelche Leute, die auf mein Bootcamp gehen und dann nur Excuses machen und, ähm, die ganze Zeit noch irgendwelchen Ausreden suchen, sondern, was ich erwarte von dir, ja, ist, dass du 100% committed ist, bist, dass du die Sache wirklich angehen möchtest und, äh, ansonsten wird sich da keine gemeinsame Basis für uns finden, falls es bei dir der Fall ist, ja, falls du sagst, hey, du möchtest wirklich angehen, du bist bereit, ein bisschen was in dich selber zu investieren, dann, äh, bewirb dich auf mein Bootcamp, geh auf meine Website, geh auf slash Bootcamp und, äh, schreib mir eine Nachricht, dann werden wir zuerst bei einem Call über dich reden, über, über deine Geschichte, über deine Ziele und, ähm, dann können wir was ausmachen. Bis zum nächsten Video, bis dahin, euer Marc, ciao.